hi leute und hier ist wieder euer ligavi heute mit einem etwas anderen thema die leute von game beziehungsweise rocket beans tv die jetzt sicherlich auch kennt stehen kurz vor der auflösung grund dafür ist der niedrige wirtschaftliche gewinn jeder hat bestimmt wahrscheinlich von euch videos folgen von ihnen angesehen und finden sie teilweise ob ich noch klasse ich gehöre zu denen leider erreichen leider die bisherigen unterstützung nicht aus um rocket beans tv weiter zu unterstützen beziehungsweise um sie weiter zu erhalten ich kann mir auch gut vorstellen dass einige nur durch game one also den leuten von rocket beans tv zu einem videospiel fan geworden sind ich gehöre auch dazu ich habe früher 12 spiele gezockt aber nur durch game one durch den leuten durch den leuten aus rocket beans tv habe ich gesehen was für ein potenzial was für eine geschichte hinter diesen videospielen steckt und dass es nicht einfach nur wildes herumdrücken ist nur durch ihnen hat man wirklich erkannt dass videospielen ein komplett neues format ist und das auch wirklich spaß macht nun leider hat auch irgendwann alles sein ende nur sollten können wir das verhindern rocket means tv ist einfach eine ja wie soll man sagen ein backup gewesen zu gehen wollen um es mal detailliert zu erklären game one hat jetzt nicht diese eine million oder zwei millionen viewers am tv sondern nur die treuesten fans nun dass es nicht ausreicht über ja sagen wir mal noch die nächsten fünf bis sechs jahre dass es weitergeht haben wir jetzt auch festgestellt da ist nur noch alle zwei wochen läuft umso mehr kommt jetzt dieser vordergrund rocket beans tv zur erscheinung wir wir viewer wir die die leute die dies folge auf youtube anschauen sind rocket beans tv wir erhalten es am leben ohne uns hätten sie vielleicht gehalten rocket beans tv gegründet weil sie vielleicht gedacht hätten hey das sind jetzt schon vielleicht gar nicht aber sie haben es trotzdem gemacht mittlerweile schon seit zwei jahren ob man sie unsere ihre freizeit damit wir etwas zum lachen haben ob wir dass wir etwas zum diskutieren haben denn nicht alle videos meistens die almost dailies haben auch spezielle wichtige hintergründe ich habe auch einige wie schon gesehen die tausende beiträge haben die mit mit diskutiert haben und sowas ist einfach klasse diese treue an ihnen allerdings haben wir jetzt die möglichkeit wirklich ihnen zu zeigen was wir an ihnen finden was wir von dieser sendung halten natürlich hat auch nicht jeder denselben geschmack manche sagen diese folge hat mir jetzt nicht gefallen oder dieses diese folge von youtube hat mir jetzt auch nicht gefallen oder der sarkasmus von simon hat mir jetzt auch nicht gefallen aber darum geht es jetzt gar nicht es geht darum was euch an rocket beans gefällt was sie euch bisher immer gegeben haben war wie sie ihre freizeit genutzt haben um uns bei laune zu halten ich kann mir kaum vorstellen dass irgendjemand diesen aufwand diesen finanziellen ja diesen finanziellen verlust kann man schon sagen hin nimmt nur um ihren treuen fans eine show zu bieten dazu gehört wirklich klasse dazu da muss man eier dafür haben um sowas zu machen also leute zeigt es ihnen jetzt kommt es auf euch an helft ihnen spendet und etwas um rocket beans tv weiter am leben zu erhalten unten in die beschreibung habe ich alle links rein gestellt von facebook von twitter von youtube und von fanshop immerhin steht auch bald weihnachten vor der tür ihr habt bestimmt irgendeinen kumpel oder in einer freundin die ein totaler fan ist von ihnen kauft ihnen eine kleinigkeit damit unterstützt ihr nicht nur eure leute nein ich unterstütze auch noch die leute von rocket beans tv und ihr könnt sagen ihr habt sie nicht durch likes oder comments unterstützt sondern mit wirtschaftlichen mitteln was rocket beans tv nun mal am leben erhält ich werde auch so gut wie es geht in sie unterstützen weil sie haben es einfach verdient sie sind immer transparent geblieben sie haben uns niemals etwas anderes aufgetischt als sie es auch denken sie haben immer gesagt was sache ist und das muss man einfach anerkennen also leute unterstützt sie so gut wie ihr könnt wenn ihr die mit schaffen wirtschaftlichen mittel nicht habt gar kein problem dann verlinkt dies dann sendet dieses video an eure leute an eure verwandten an eure lehrer sonst auch was jeder send der durch dieses der in dieses video ein fließt geht zu 100 prozent an rocket beans tv es kann natürlich sein dass es bei 50 aufrufen bleibt aber trotzdem ich möchte einfach diesen versuch starten rocket beans tv am leben zu halten wenn ihr natürlich andere ideen habt dann teilt es ihnen mit oder setzt es einfach um so wie ich es getan haben wir mit diesem video es ist nicht perfekt aber ich wollte ich will das einfach machen ich will den versuch versuch wagen rocket beans tv am leben zu halten ich bin bestimmt nicht der einzige der ein totaler fan von ihnen ist und sie weiter auch sehen will also leute zeigt den stolz in euch zeigt was ihr wirklich von rocket beans tv erhaltet und spendet ihnen was egal was hauptsache es nützt ihnen etwas ok leute dann vielen dank fürs anschauen und wir sehen uns bis dann ciao die das 8 0 0 0 0 0 0 Untertitelung des ZDF, 2020